servus es wäre irgendwie cool wenn sie so ein back to normal button gbg also was machen damit es gibt immer wieder leute die sagen hey es wäre ich will mein altes leben wieder und ich glaube das was sie meinen ist so ein leben ohne virus der ständig alles durcheinander bringt oder da ist wieder absage oder sonst was ja dem kann ich irgendwie zustimmen ob ich jetzt mein altes leben wirklich wieder will naja gut ist eine andere geschichte aber so ein button wir cool leider gibt ständig absagen und dieses und jenes kann nicht stattfinden und so müssen wir auch schweren herzens den young leader summit absagen recht mühsam herbst ohne summit geht gar nicht und das haben sie eben auch gedacht an herbst ohne summit es geht wirklich nicht aber was für eine möglichkeit gäbe es und wir sind auf eine idee gekommen wie wäre es wenn ihr als teams zu hause irgendeinen der älteren summits wo ihr wisst da war was das hat mich total angesprochen noch mal anhört wir werden das euch auf der website zur verfügung stellen review schnappt euch irgendeinen der alten summits und macht als teams euren ganz persönlichen team summit geht es einmal in quarantäne mit jesus legt ihm eurer jugendarbeit kinder jungschar was auch immer ihr macht legt ihm das sind die 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 leute die euch anvertraut sind betet um vision um ausrichtung und freude neue ermutigung damit wenn es dann wirklich back to normal geht ihr am start seid ganz neu gestärkt voller freude mit ideen und von jesus auf die spur gebracht also nutzt das angebot und macht euren summit zu hause für dich